Wie in jedem anderen Unternehmen fallen auch im Krankenhaus immer wieder kurzfristig Kräfte aus. Wir müssen natürlich die Mindestuntergrenzen auf den Stationen gewährleisten, damit wir eine qualitative Versorgung der Patienten haben. Und dementsprechend müssen die Stationsleitungen eben diese Mindestuntergrenzen jeden Tag erfüllen und eben nachbesetzen mit Kräften, die aus ihrem Freikommen. Und das ist letztendlich das Einspringmanagement. Untertitelung des ZDF, 2020